Wir kriegen für 150 Likes und 100 Kommentare eine 10er PSN-Karte. Jeder eine. Jeder eine. Also, wollte ich mir jetzt sagen, ihr wollt eine 10er PSN-Karte haben, wenn unsere Follower euch 150 Likes auf diesem Video geben und 50 Kommentare an euch bringen. 100 Kommentare. Ach, 100 Kommentare. Oh ja, gut, das ist eine Leichtigkeit. Okay. Also, Leute, lasst Likes und Kommentare da. Los, dass wir die PSN-Karte kriegen. Also, Leute, das Einzige, was im Supermarkt nicht teurer geworden ist, ist der Einkaufsfall. Toll. Charles, herzlichen Glückwunsch. Der Geier ist jetzt ausgestorben. Jetzt bist du der hässlichste Vogel. So ein Arschlachner. Charles, soll ich dir mal einen Witz erzählen? Was ist? Unsere Ehe. Welche Ehe? Oh. War das David? Der nächste Kiosk ist 500 Meter von unserer Wohnung entfernt. Der Mensch geht im Durchschnitt mit einer Geschwindigkeit von 3,6 kmh. Warum braucht mein Vater jetzt schon 15 Jahre, um Ziretten zu holen? Hm.